Gleich, Lilo und Stitch. Und danach, Brandy und Mr. Whiskers. Auf Toon Disney. Die peruanische Premierenparty. Tagchenfernsehfreunde. Mit der königlichen Coolness in Person. Ihr habt wieder Lust auf mehr von mir. Wir feiern die brandneue Staffel von Cuscus Königsklasse. Und das bedeutet Non-Stop-Party. Eine Party. Kurzfristig, aber ich krieg's hin. Das wird ein Fest. Vier Folgen am Stück. An einem Stück? Und direkt danach, die erste Folge der brandneuen Staffel. Ich glaub, das wird der schönste Tag meines Lebens. Für mich auch. Juhu. Premierenparty für Cuscus Königsklasse. Demnächst auf Toon Disney. Oh.